Ihr habt zwei lieben Toffee gesehen und jetzt ist es kostenlos für PS5. Also, öffne das Gästebuch. Okay, jetzt heißt es, nein. Also hier ein Hamster, Viereck. Ah, okay, ich verstehe. Ihr habt hier einen Hamster. Oh, wir können uns jetzt einen Hamster aussuchen. So, äh. Hallo? Verschiedene Hamster. Äh, und jetzt? Wir können nur Schlaf mitzunehmen, oder was? Okay. Also, das Spiel ist komplette Tierquälerei, weil so sollte man den Hamster auf keinen Fall pflegen. Quicksilver, wir nennen ihn um, äh. Maxi. Neue Aufwand freigeschaltet. Okay. Okay. Wollen wir jetzt hier machen. Äh, Bologen erhalten. Hm, ich will nicht schlafen, aber so springen. Du hast eigentlich, okay, ah ja, boah, jetzt kommen wir jetzt in das Spiel. So, äh. Suche die Arbeitslässe, gehe ins Fitnessstudio, schaue, wenn wir uns nur einen kündet, die Küche, finde ein Badezimmer. Äh, Badezimmer, wo ist denn hier ein Badezimmer? Das wahrscheinlich. Läuft jetzt in das Badezimmer. Ich glaube, oder? Könnte sein. Ich glaube, weil ich es angesetzt habe, läuft jetzt da rein. So, äh. Echt, das ist ein scheiß Spiel. Ach so, hier gucken. Äh, gehe ins Fitnessstudio. Okay, Fitnessstudio, Hamster im Fitnessstudio. Ich glaube, ich spin. Ist es das nicht so, wie ich es sagen, oder? Nein, ich glaube. Küche, okay. Hier ist die Toilette, aha. Oh, hier geht es auch weiter. Füttere dein Hamster, gib dein Hamster Wasser, schick dein Hamster aufs Klo, wasche deinen Hamster. Oh nein, ich habe ihn doch schon gewaschen. Unterhalte deinen Hamster, bring deinen Hamster ins Bett. Okay, das heißt, wo ist mein Hamster? Okay, aber hier musst du hin. What the fuck, Alter? Okay, äh, was haben wir sonst was für Aufgaben? Äh. Futterstation auffüllen, okay, das hänge ich hin. Wie fülle ich dir auf? Wahrscheinlich, es muss ja erst leer sein. Aha. Jetzt kommt so langsam in das Spiel rein. Äh, gib dein Hamster Wasser ab. Wasser müsste auch hier in der Küche sein, oder? Ah, hier ist Wasser. Wasser haben wir aber noch genug. Was für ein Scheißspiel, sowas. Das ist, das ist so Tierkillerei. Hoffentlich zeigt mich Peter an, dass ich das Spiel als Player. Äh. Wasche deinen Hamster. Ja, geht gerade nicht. Der war schon, oder? Geht's noch? Okay. Dann. Also, das ist das Fitnessstudio, oder? Ne, das ist Unterhaltung, okay. Was ist jetzt das Fitnessstudio? Wasche deinen Hamster, unterhalte deinen Hamster, bring dir ein Hamster ins Bett. Wasche deinen Unterhalte. Ah, Fitnessstudio müssen wir gar nicht machen, ich verstehe. So, gut. Maxi, komm. Hä, da oben, oder was? Ja, wird doch noch ein Hamster freiwillig hier machen. Trampolin springen, ist klar. Gut, die haben den Wagen, jetzt ein Pingelhamster ins Bett. So, haben wir einen Tag überlebt. Gut, das war das Display. Ich glaube, es bleibt auch beim letzten Test, weil es ist nichts, ja, ist klar, ein Hamster geht so die Treppe hoch, mhm. Ich weiß nicht, was. Die Musiker noch, oh Gott, ey. Warte mal, haben wir irgendeine Einstellungen? Wenn ihre zweimal, okay. Äh, Einstellungen. Oh. Ähm, Einstellungen. Musik fuckt mich ab, derartiges. So, Optionen. Audio. Geht noch leiser. Oh, viel besser. So, ähm. Was ist unsere Aufgabe? Trainiere zweimal, okay. Trainiere, ist hier das? Ah ja, ist tatsächlich hier. Ja, und das ist so, so ein Rad ist viel zu klein für Hamster, vor allem wenn du eine Ratte hast, die kriegen dann hier einen krummen Schwanz oder eine Maus oder so, weil die halt dann schief laufen. Das ist also wirklich... Hier können wir gambeln. Okay, ja, das ist das Spiel, falls ihr euch interessiert habt und ihr auf mein Video gekommen seid, Dankeschön, nach ein Rennen mit Winnerinnen im Labyrinth. Oh. Okay. Was ist jetzt? Muss ich irgendwas steuern? Ja. Okay. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Muss ich irgendwas steuern? Ich verstehe. Ich verstehe. jawoll also paar mini spiele hier also auch so rennen was haben wir hier bekommen wir machen erst das geschenk auf zwei einrichtungen abquellen macht er hier da oben kann ich abquellen ich habe es erst jetzt gesehen kann ich auch Futter abquellen? ja ich glaube Futter ist sehr wichtig genug Futter und genug trinken denke ich mal das Spielkart doch cool, oh zwei trinken sogar also ich habe jetzt doch keinen zweiten Hamster so jetzt habe ich natürlich die Aufgabe erfüllt kaufe einen neuen Hut hol dir ein neues Hemd kaufe ein neues Objekt für einen Raum das ist hier ok verstehe ich habe es noch nie gespielt ich habe es noch nie gespielt ich habe die Eimer gesucht, ich kam nicht mehr zurück zum Feuer kaufe einen neuen Hut ich hole dir ein Hemd ich habe es noch nicht das ist ja das ist ja das ist alles und was ich habe es noch nicht Fotopapier. Ich weiß doch, ich ziehe sowieso nicht an. Arbeite, 60 gewinne, 2 Rennen, sammle, 1 Quest, drücke Quest, verfolge, button, irgendwie weiß es ja. Nächste Team. Pliniere. Okay. Ähm. Ja. Was wir jetzt hier noch machen können, ist ein Rennen fahren. Soll ich noch mal ein Rennen machen? Alter. Jetzt bin ich gespannt. Ob der Scheiße irgendjemand hier spielt. So geh mal hier zum Spiegel nicht mehr, dass du die Scheiße ausziehst. Jetzt zieht seinen Tieren keine Klamotten an. Es sei denn, es ist irgendwie Winter oder Sommer. Ich brauche Schuhe, weil er mit dem Hund sich nicht mehr rausgezogen hat. Du Huse. Hier ohne geht anscheinend nicht. Da spielt keiner. Labyrinth 2 Spieler. Haben wir ja schon mal regulär. Was ist das online? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Oh je. Und so. Soll ich noch aufholen. Es ist nicht mehr so. Was war da für Geld? Oh, ich denke, ich mache das. Ich spiel doch erstmal auf einfach denke ich. Ja wer hat CPU ausgewählt. Hä neue Map? Geil. Ja schade. Heffiges Spiel auch verstanden. Ja schade. Ja. 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 Jawoll. Okay es ist ein interessantes Spiel. Ich denke ich brauch es nicht weiter zu spielen. Aber vielleicht spiele ich es offline weiter. Das spiele ich lieber in Rennspielen. Können auch gucken. Oder sonst ne. Ich hab das Platz bei diesem Part. Gut. Ich bin der 1. Hat Fun. Tschüssikowski. Ja.